hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video heute gibt es ein neues review zu einem film der ab ja heute in die kino in den kinos läuft hier wo es in deutschland und zwar der film king richards genau der neue film mit will smith oscar kandidat auf jeden fall der film ich glaube für sechs oscars nominiert darunter bester film sogar bester haupt und nebendarstellerin hauptdarsteller natürlich will smith sozusagen hier für den oscar nominiert ein paar daten zu dem film ist von renaldo marcus green ja und es geht halt um king richards king richards williams also der vater der williams schwester also von venus and syriana williams ihr kennt die beiden tennis spielerin ja darum geht es eigentlich also wie gesagt wir haben ja die ganze geschichte ist halt wie sagt king richards ist der vater der beiden wie sagt es eine mehr also ich glaube fünf kinder insgesamt und er ist halt sehr ehrgeizig und hier wird halt so so ist ein biopic über ihn und über halt seine beiden töchter ja es geht halt darum wie er es geschafft hat halt mit ja sozusagen im werdegang von klein auf der kinder wie er sie dazu getrieben hat getrainiert hat und so weiter wie sie zum sport gekommen sind wie er für sie da war wie er sich ja sozusagen der aufstieg der williams schwestern bis halt ja sie halt die großen stars waren genau das sehen wir in diesem film wie sagt so ein typisches sportler drama oder sportler märchen wie man es eigentlich schon zig mal gesehen hat ja wie sagt der aufstieg ja von 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 sage ich mal ganz arm sozusagen zu ja der weltspitze so könnte man sagen im sport ja wie sagt gibt es ja mehrere filmen in mehr Bereichen boxen überall ist jetzt nichts neues wie gesagt hier ja der film ist sehr oft so oscar mäßig getrimmt auf jeden fall wie sagt gibt ihm auch recht für sechs ausgas nominiert will smith hier als king richards sehr gute war er spielt wirklich sehr sehr gut also die nominierung ist hier auf jeden fall angebracht also er kann ja er spielt das sehr sehr gut auch nachher es geht ja über mehrere jahre halt diese geschichte und man sieht auch so im alter nachher diese wie er so spielt und tut das das macht er wirklich sehr sehr gut also das ist hier wirklich ein ganz großer pluspunkt auch so an sich wie gesagt wir haben noch john benthal als dem trainer nachher sozusagen in der nebenrolle es ist sehr sehr gut der film ja es ist so ein sportler man sagen ja viel guten märchen movie so könnte man es fast nennen also der hat sehr viele wer auf so eine filme anfällig ist für den ist der hier definitiv was es ist definitiv ein viel gut movie wie gesagt die kinder sie leben da sozusagen in armut haben nicht groß war es er trainiert sie halt es kommt der aufstieg natürlich ein paar schwierigen nicht eine menge schwierigkeiten weil der punkt ist hier sie sind natürlich schwarze kommen aus kompten und haben natürlich sehr schwierigkeiten weil tennis war ja eigentlich mehr so ein ja wie sagen wir weißer sport für reiche leute weil die ausbildung halt auch sehr teuer war und so weiter und da sind sozusagen die ersten schwarzen die sich dadurch setzen und er ist halt ja sehr ehrgeizig in dem was er erreichen will für seine töchter und ja das sehen wir hier halt alles und das ist auch gut gemacht wie gesagt wer dafür anfällig ist für dieses jahr der hat der erweckt halt auch gefühle und alles mögliche das ist das ist auch sehr gut an diesem film es gibt ja aber ein großes aber wie ich finde und ja das ist so dieses problem wird auch nicht groß in diesem film angesprochen ich darum ich mag teilweise es gibt ja viele so eine filme ja auch in den letzten jahren auch viel über musikbands oder und so weiter was alles gab jeder queen film zum beispiel wo es dann halt darum geht und dass wir immer nur so diese was ich in anführungsstrichen schönen sachen sehen dass man wo es an seine ziele glauben muss bla 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 aber es gab ja auch immer so schlechte sachen auch da meistens die haben ja nicht immer alles gut gehabt obwohl hier natürlich wie sagt der anfang schwer war hier weil sie ja schwarz sind ja aber wie soll ich das ausdrücken wenn damit ich euch rüberbringen kann die sache ist die king richards muss man einfach sagen war ein extremer narzisst der seine kinder ja wer weiß ob sie das auch wollten also er sagt doch immer schon von anfang an hat die beiden kinder noch gezeugt so ungefähr dass sie tennisprofis werden und er hat sie wirklich von klein an die ganzen tag also immer training getrimmt dafür dass sie die besten sind hat ihnen das jeden tag gesagt wir haben in diesem film auch wieder viel dieses ja gequatsche hier von ziele und man muss muss dran glauben und so weiter das hatte hier auch extrem aber wie gesagt wir wissen schon viel in der vergangenheit ist viele kinder das vielleicht gar nicht wollten dass mehr die eltern das wollen und dieser aspekt wird hier gar nicht so groß aufgegriffen weil hier er doch man so leichter beigeschmack ist das in dem film also die ganze zeit über die in diesem film weil er ja auch sehr davon profitiert ja er macht das ja nicht immer nur für seine für die beiden kinder sondern auch für sich und der rest der familie dass die auch ja gut gut geht sage ich jetzt mal so ja in dem film kommt er widerspricht sich auch selbst in diesem film irgendwie weil wir haben dann zum beispiel eine szene wo er dann cinderella mit den kindern guckt und er sagt halt ist ein ganz kleiner spoiler jetzt hier was hat dieser film ausgemacht bescheiden man muss bescheiden bleiben aber dann nehmen ja zum schluss nachher wenn es um diese geldverhandlungen geht da will er denn wirklich ja so richtig ja also wie soll ich sagen es ist schwierig dieser film er ist wem das alles nicht stört für den ist wirklich ein viel gut movie ist ein gut gemachter film will smith auch super in der rolle macht das richtig gut und muss ich ganz ehrlich sagen aber dieser film hat diesen bisschen bitteren beigeschmack bin ich der meinung so dieses dass nicht auf das mehr so eingegangen ist das wird wie gesagt ein ganz klein wenig wird darauf eingegangen das ist immer so so beiläufig so ein bisschen als ob man man wollte das aber will es nicht wirklich irgendwie in diesem film haben ja es gibt so ein paar punkte wo das mal aufblitzt aber dann war es das auch schon wieder ja das ist so ein punkt der mich doch ein bisschen gestört hat weil einfach zu viel nur viel gut aber der rest so ein bisschen außen vor gelassen wird nichtsdestotrotz kriegt der film von mir eine drei von fünf war ja doch an sich gut unterhält wie sagt dieses schöne viel gut movie am ende hat so wo man sich wirklich ja gut ist und und cool und auch gut was die da geschaffen haben und dass sie das so durchgezogen haben aber ja man hätte da vielleicht noch ein bisschen kritischer mit diesem film sein können wenn ihr den film gesehen habt schreibt mir gerne in kommentare ich bin gespannt auch was er bei den oscars reißen wird wie gesagt ist natürlich wieder so ein politisches ding wegen schwarze haben was geschafft und so weiter das sehen die ja da gerne darum ist er denke ich mir auch schon für sechs ausgas nominiert das natürlich auch so ein punkt man merkt halt dass der film halt enorm dieses oscar ja wie sagt man gibt es auch einen begriff für also so ja ausgelegt ist einfach dass er viele ausgas haben möchte und 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 ja so wurde der film gedreht das wie gesagt hat so ein bisschen beigeschmack aber nichtsdestotrotz ist es ein guter film auf jeden fall den man sich mal gerne anschauen kann auch wenn man jetzt kein großer tennis fan ist ich bin jetzt auch nicht groß der tennis fan aber man hat das ja so mitbekommen und für den auch für die leute ist dieser film eigentlich doch sehr sehenswert und wie gesagt wer diese viel gut movies mag und darauf anspringt für den ist der film natürlich bedeutend besser noch an dieser stelle muss ich das sagen in diesem sinne soll es auch gewesen sein vielen dank fürs zuschauen und wir sind beim nächsten video bis dann